Hallo und Willkommen und mein erstes LP über nur 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 so wie geht es um einen Freund nebendran ähm ja damit ähm ja ok ok ich will vielleicht nenn ich mal jetzt ja anrufen jetzt sind wir auch ein paar Wiener die die alle Kälte nach auftreten und du meinst ein Laptop da die hier und wir haben wollen ein Mann geht man sich nicht schon zu uns halten wir wollen in den letzten Tonnen die Echt das wird jetzt leider schon gesagt es wird auch andere Spiele machen, aber die sind auch vielleicht leider, aber dann machst du gleich die Aufnahme gewesen äh, dein Freund, der Avatar, der schickt noch Na, man kann jetzt mal einen richtigen Namen sagen, Emil Ede, ne, ne, ne Hey! Du hast gar nicht mehr von Spielen, aber zu Jo, ja, ist das so ein Favela sein? Eis, heisst ich, das ist ein, ein Scheißdreck, das ist ein Favela nein, das ist doch kein Favela ohhhhh, achten, toll, wie weiß ich wie ein Favela, der Digga ey, ist das ein Favela, nein, es ist ein Favela wirklich? ja, das hat mir bei dir Glück Ruh, ne, Scheiß ist das ein Favela hier seht, es lag, ihr habt gemacht ja, nur wegen dein Netto wo du die Beide bist jetzt, denn das ist ja auch sehr schön ich bin auch noch ein bisschen zwischen Reim und und kommt so ein bisschen zu tun ja auch gut und die mit ihm die Verzweiflung hat er noch nachher die 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 ja ich hab ich hatte die Pfeffer nur das Problem ist nicht immer dass ich da auch nicht mehr reihe jetzt weißt du noch ich weiß jetzt schon aber dafür muss man bis zu 200 Euro geht's aufgeben guck mal wieder das verstecken die alte Schöpfung ok wir machen glaube ich erst mal eine Pause weil das dauert jetzt 10 Jahre ah ja sogar auch vielleicht auch länger ok wir sehen uns später ja wir sind schon wieder da ich bin wieder da ich verblute ja ihr seht es hängt und zwar ab scheiße oh mein Gott was ist mir passiert so was hier lohnt oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ich bin auch wieder ein spieler so ja ich bin es kann wieder ja 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 k ich bin kein Schwerpunkt weil ich die überwachen das Wort entgegenster und verkaufen da haben wir aufgenommen Ein soler garter. Er dachte, dass er eine Zombie ist. Man muss es auf dem filmen. Er ist mir schon mal geflogen. Ich glaube, ich bin jetzt mal CEF. es ist nicht ich 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 das geht ich 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 kopf ab die gott bitte nicht ja, du verschwindest dich schon mal! Scheiße, du mein Lecks ist mein Bauch. Äh, bitte nicht zu stecken, wir werden gegen die scheiß Legs und so alles. Oh mein Gott! Ich hab' den Vogel drauf zurückgegangen. Schmeiß. Weiß ich nicht. Ich nehm mich gleich mal vor, tschau, 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 tschau. Gott. Dann blef ich mich, der Marklyne aus dem Programm Night, nicht weiter. Nein, wie soll das noch? Das hier schon. Das hab ich Angst vorgestellt, auf jeden Fall steht. Aber wer auch hier istin. Ist das tot? Kann das nicht schlagen? Ich hab' den Kopf 벌�like schonacon. ich weiß was soll ich noch nicht machen wie wir gehen Leichen Töten die Leichen ja ich will Geld um ein Gott wenn die Kinder haben Prozent Uhr im Kopf und Köln ein oder der Rülp ins Mikro der Bruder so da rennt da nicht scharf ich will nach wie lange die Aufnahme haben jetzt passen noch so 2 bis 3 Minuten alle haben auch zu Rülp nicht, alles Digga ich wollte schon weiter, dann war noch so ein Rüchse du hast du Rülp, Digga du hast du Rülp, Digga Joma, Bolli jetzt kommt Lachs und der Kopf gerade auch nicht rum Joma, Bolli oh mein Gott, du bist frei ja ey, du kommst dir einfach hier oder so ein Pettkopf oh mein Scheiße Aaaa du bist kalt, du bist ich bin aus ich bin aus ich schaff alles mal Kokain macht euch aus euch das da mit den Headshot ja wer ist der Brabe, wer ist der Brabe du bist der Brabe, du bist der Brabe du Headshot aus boah jetzt passt jetzt an die Schiene o b tunnel 10 ys Prozent Prozent Nürnberg er hat den Tor gemacht dass wir nach Kronenburg und um ein Gott hier in München Prozent 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 ich bin die Garten was ist das? was ist das? er macht fahrgutschein nicht passen er macht fahrgutschein manchmal für mich die Spiele bei Super-Unden ich will das noch einmal machen oh, ein normaler sopia Was ist denn jetzt halt eine Scheiße? Jetzt gibt's noch eine Scheiße. Ich stehe schon 1-0. So müssen wir? Ich stehe 1-0... ...ich schuhe... Ok. Mach doch nur rottig, bin ich. Oh! Deine Frau gibt's aber was du... ist noch in der Scheiße? Bestöde alle hier ihrer... Mach nur doch mal eine Scheiße! Jetzt hör bei mir, komm hilfst du, wovon Sie dann noch schlimmer. Wähle nehm ich gleich fast noch höher! da war ich noch ein einfach mal schön Knapp Knapp hallo kann das gehen weil die Kombi tippt so auf dieser Runde wir sehen ja mit diesem Fahrt aus wir dachten schon aaaaaaah wir dachten schon jetzt vorher bevor ich aufnachseinschiff jetzt zu guckt auf habt viel Spaß das Spiel von dem Link yeah das Spiel werde ich noch also ich würde das Team für alle Sachen in die Bescheidung machen tun das ist das ist leider jetzt nicht von mir aber vielleicht werde ich es zu deuterliert nur im Helm machen ich werde euch noch alles zeigen ich werde euch noch alles zeigen ja Endepicfix aber nicht wundern warum er keine Digger stirbt bei bei ja ja ich bin rein tot ja ich kann nicht mehr sehen ja dann mach ja mach doch jetzt noch die Aufnahme ein bei bei ok ok beschließt diese Aufnahme und wir sehen uns im nächsten Part vermutlich machen wir sofort weiter bei ok 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 wir sehen uns dann beim nächsten Part und wo bist du man wo bist du sag jetzt mal tschüss ok und wir sehen uns dann tschüss ok wir sehen uns dann wir sehen uns dann we können uns dann Vielen Dank.